Ja, das war nicht immer so. Früher war ich ein richtig netter Kerl. Es gab ein Problem, Jimmy hat geholfen. Kacke am Dampfen, Jimmy hat geholfen. Und das hab ich jetzt davon. 15 Jahre in einem Loch mit Typen, die nichts dabei finden, für ne Schachtel Kippen dem anderen den Schwanz zu lutschen. Ich war ein... Man fürs Groben. Die Scheiße für Mafiosi beseitigt, die sich selber nicht den Arsch abputzen konnten. Bei meinem letzten Auftrag haben die Wichser mich fallen lassen, sobald es brenzlig wurde. Hätt's mir denken können. Hätt's mir doch gemacht ... An der Stelle, bin ich jetzt glücklich oder ich möchte mit meinen Gew Pourquoi Sehen Heute. Heute wird ein richtig guter Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Bitte, bringen Sie mich nicht um! Gehen Sie mich nicht um! Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute.